Welche Wörter hast du heute gelernt? Welche Wörter hast du heute gelernt? Bugün heungekelimelere örenden Heute habe ich die Wörter, Fokus, und, Spezifisch, gelernt. Heute habe ich die Wörter, Fokus, und, Spezifisch, gelernt. Bugün heungekelimelere örenden Ich habe heute kein neues Wort gelernt. Ich habe heute kein neues Wort gelernt. Bugün yeni bir kelime öğrenmedim. Kannst du mich? Kannst du mich? Beni tanıyormuşsun? Ich kann dich nicht. Ich kann dich nicht. Seni tanımıyorum. Jeder kennt dich. Jeder kennt dich. Herkes seni tanır. Ich kenne dich sehr gut. Ich kenne dich sehr gut. Seni çok iyi tanıyorum. Wie heißt deine Mutter? Wie heißt deine Mutter? Ein nenni sin adı nedir? Der Name meiner Mutter ist Mary. Der Name meiner Mutter ist Mary. Ein nenni sin adı Mary. Der Name meiner Mutter ist Mary. Ich kenne den Namen meiner Mutter nicht. Ein nenni sin adı ne bilmiyorum. Um wie viel Uhr beginnt das Treffen? Um wie viel Uhr beginnt das Treffen? Das Treffen wurde verschoben. Das Treffen wurde verschoben. Toplantı ertelendi. Wurde es heute abgesagt? Wurde es heute abgesagt? Bugün iptal oldu. Welcher Tag ist heute? Welcher Tag ist heute? Bugün heungi gün Heute ist Samstag Heute ist Samstag Bugün Jumaytisi Heute ist Sonntag Heute ist Sonntag Bugün Pazor Welches ist das beste Café in dieser Stadt? Welches ist das beste Café in dieser Stadt? Buşehirde ki en iyi Café Nerisse Das Café Lisa in Taksim ist sehr gut. Das Café Lisa in Taksim ist sehr gut. Taksim deki Café Lisa çok idiş. Hier in meiner Straße gibt es ein sehr gutes Café. Hier in meiner Straße gibt es ein sehr gutes Café. Burada benim sokağımda çok iyi bir Café var. Sohn, willst du essen? Sohn, willst du essen? Olum, yemek yiyecek missen? Nein, Papa, ich werde nicht essen. Nein, Papa, ich werde nicht essen. Hayır, Papa, ich werde nicht essen. Wo wohnst du? Wo wohnst du? Nerede yaşıyorsunuz? Ich lebe in London. Ich lebe in London. Londra'da yaşıyorum. Wie läuft Tommy's Urlaub? Wie läuft Tommy's Urlaub? Tommy'nin tatili nasıl gidiyor? Sieht so aus, als ob Tommy sich nicht so wohlfühlt. Sieht so aus, als ob Tommy sich nicht so wohlfühlt. Görünüşe göre Tommy çok rahat değil. Es läuft großartig. Es läuft großartig. Harika gidiyor. Wie viel Geld verdienst du im Monat? Wie viel Geld verdienst du im Monat? Eilig ne kadar kazanıyorsun. Ich verdiene monatlich 1.000 Lira. Ich verdiene monatlich 1.000 Lira. Eilig bin Lira kazanıyorum. Ich verdiene 1.000 Dollar pro Monat. Ich verdiene 1.000 Dollar pro Monat. Eilig bin Lira kazanıyorum. Wirst du dieses Buch lesen? Wirst du dieses Buch lesen? Bu kitabı okuyacak müssen. Ich habe noch viel zu tun, aber ich werde trotzdem mit dem Lesen beginnen. Ich habe noch viel zu tun, aber ich werde trotzdem mit dem Lesen beginnen. Ich habe noch viel zu tun, aber ich werde mit dem Lesen beginnen. Ich habe noch viel zu tun, aber ich werde mit dem Lesen beginnen. Ja, Friends hat alles vorbereitet. Ja, wir haben nur noch zwei Dateien übrig, die wir von unserem Manager erhalten können. Wir haben nur noch zwei Dateien übrig, die wir von unserem Manager erhalten können. Wie ist das Wetter? Wie ist das Wetter? Hava nasıl? Das Wetter ist sehr heiß. 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 Hava ya muhlu? Es ist windig. Es ist windig. Hava rüzgallu? Haben Sie heute ein Buch gelesen? Haben Sie heute ein Buch gelesen? Ja, ich habe drei Bücher gelesen. Ja, ich habe drei Bücher gelesen. EWET ÜCH KITARP OKUDUM Ich habe heute noch kein Buch gelesen. Ich habe heute noch kein Buch gelesen. BUGÜN HENÜS KITARP OKUMADUM IST DEIN ONCEL GECOMMEN? IST DEIN ONCEL GECOMMEN? OMJONG YALDIMIL WIR HABEN BIS ZUM ABEND AUF DEINEN ONCEL GEWARTET. ABER ER KAM ENDLICH WIR HABEN BIS ZUM ABEND AUF DEINEN ONCEL GEWARTET. ABER ER KAM ENDLICH OMJONG AKSAMA KADAR BEKLEDIK AMA SONUN DA GELDE ER KAM AM MORGEN ER KAM AM MORGEN SOBAH HALKAR SCHU GELDE SOLLEN WIR ZUSAMMEN KAFFEE TRINKEN? SOLLEN WIR ZUSAMMEN KAFFEE TRINKEN? BILIKTE KAHWE ICHELIM ME JA, WANN SOLLEN WIR GEHEN? JA, WANN SOLLEN WIR GEHEN? EVET, NEZAMAN GIDELIM TUT MIR LEID, ICH HABE HEUTE KEINE ZEIT TUT MIR LEID, ICH HABE HEUTE KEINE ZEIT ÖZGÜNÜM BUGÜN SOMORNUM JOK Wenn du willst, lass uns morgen trinken Wenn du willst, lass uns morgen trinken Ist er sein jürgen ICHELIM? In welcher Klasse bist du? In welcher Klasse bist du? Ich bin in der Vorbereitungsklasse Ich bin in der Vorbereitungsklasse Ich bin in der Vorbereitungsklasse Ich habe gerade mit der Universität angefangen Ich habe gerade mit der Universität angefangen Universität Jenebäuschwürdem Was ist dein Beruf? Was ist dein Beruf? SININ MÄSLIN NEDIS Bin ich Informatiker? Bin ich Informatiker? Bilgisajal mühendisem Ich bin ein Bauingenieur Ich bin ein Bauingenieur Ist schad mühendisem Hast du Geld für die Schule? Hast du Geld für die Schule? Okul için paran warme Ja, es sind noch einige übrig Ja, es sind noch einige übrig EWET, BİR AUSKALDE Hatte sehr wenig Hatte sehr wenig ZUK AUSKALDE Mit wem werden wir an diesem Projekt zusammenarbeiten? Mit wem werden wir an diesem Projekt zusammenarbeiten? Bu proje de kiminlechalushajalus Dieses Projekt wurde abgebrochen Dieses Projekt wurde abgebrochen Dieses Projekt wurde abgebrochen Bu proje de iptal oldu Wohin gehst du morgen? Wohin gehst du morgen? Jeren nereje gidiyorsun Ich fahre nach Mailand Ich fahre nach Mailand Milane gidiorum Ich werde nach Hause gehen Ich werde nach Hause gehen EWGIDIJEM Ich werde zur Schule gehen Ich werde zur Schule gehen Okulagi didi jem Hat der Fahrer im Auto geschlafen? Hat der Fahrer im Auto geschlafen? Sürücü Arabe da uyuyor muide Nein, es ist niemand im Auto Nein, es ist niemand im Auto Hayır, Arabada kim se yok Ich habe niemanden gesehen Ich habe niemanden gesehen Ben kim se yi görmedim Gibt es weitere Probleme, die überprüft werden müssen? Gibt es weitere Probleme, die überprüft werden müssen? Kontroll edilmesi gereken başka konu var mıdır? Die Datenbankverbindung sollte überprüft werden Die Datenbankverbindung sollte überprüft werden Database bağlantısı kontrol edilmeli Server müssen überprüft werden Server müssen überprüft werden Serverların kontrol edilmesi gerekiyor Wie ist Tommy? Tommy nasıl biridir? Tommy ist ein sehr ruhiger Mensch Tommy ist ein sehr ruhiger Mensch Tommy çok sakin biridir Tommy ist ein sehr ehrgeiziger Mensch Tommy ist ein sehr ehrgeiziger Mensch Tommy çok sakin biridir Tommy ist ein sehr erhost Wie werden sie diese Situation lösen? Wie werden sie diese Situation lösen? Budurumu nasıl cho zejoycek sin Ich versuche zu lernen, wie ich diese Situation beheben kann Ich versuche zu lernen, wie ich diese Situation beheben kann. Bu durumu nasıl düzeltecimi öğrenmeye çalışıyorum. Kennen Sie die Adresse der Post? Kennen Sie die Adresse der Post? Postanenin adresini biliyor musun? Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Evet, biliyorum. Nein, ich kenne diesen Ort nicht. Nein, ich kenne diesen Ort nicht. Nein, ich weiß. Was ist unsere Mission? Was ist unsere Mission? Was ist unsere Mission? Was ist unsere Mission? Beende dieses Spiel schnell! Beende dieses Spiel schnell! Bu oyunu hızlıca bitirmek! Blockieren eingehender Spieler! Blockieren eingehender Spieler! Wie viele Dosen Flaschen Milch muss ich kaufen? 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 Wenn es für jeden etwas gibt, müssen Sie 40 kaufen! Herkese bir tane olacaksa kırk tane almak gerekiyor. Es reicht aus, nur drei zu kaufen. Es reicht aus, nur drei zu kaufen. Sadece üç tane alsak yeterli. Was hast du gestern Abend gemacht? Dün okscham neobten. Ich bin tanzen gegangen. Danse gitzem. Ich habe für die Prüfung gelernt. Ich habe für die Prüfung gelernt. Ich ging mit meiner Frau ins Kino. Ich ging mit meiner Frau ins Kino. Ich ging mit meiner Frau ins Kino. Ich lag krank zu Hause. Ich lag krank zu Hause. El de hoste ihr Töldum. Wie hast du nachts geschlafen? Wie hast du nachts geschlafen? Gece nasıl uyudun? Eine Mücke hat mich nachts gebissen. Eine Mücke hat mich nachts gebissen. Deje si brisinek beni ıssırmış. Nachts habe ich sehr angenehm geschlafen. Nachts habe ich sehr angenehm geschlafen. Gece çok rahat yattım. Wie ist das Wetter in Istanbul? Wie ist das Wetter in Istanbul? Istanbul'un hava nasıl? Das Wetter in Istanbul ist sehr heiß. Das Wetter in Istanbul ist sehr heiß. İstanbul'da havalar çok sıcak. In Istanbul wird es regnen. Istanbul'da yağmur yağacak. Wurde unser Termin mit dem Kunden bestätigt? Wurde unser Termin mit dem Kunden bestätigt? Müchteri ile Randevusatimize onayladın mı? Evet, konuştum ve bu konuda net saatte. İyice bilSCindeyiz. Olanırık. Mir gefiel dieser Film nicht besonders. Mir gefiel dieser Film nicht besonders. Ich habe diesen Film geliebt. Ich habe diesen Film geliebt. Was ist der Zweck dieses Projekts? Dieses Projekt wird unsere Kosten senken. Dieses Projekt wird unsere Kosten senken. Wir werden die Kundenzufriedenheit steigern. Wir werden die Kundenzufriedenheit steigern. Kann man ein Auto reparieren? Kann man ein Auto reparieren? Ich kann Fahrräder reparieren. Kann man ein Auto reparieren? Ich habe noch nie ein Auto repariert. Ich habe noch nie ein Auto repariert. Wer kam mit dem Flugzeug? Wer kam mit dem Flugzeug? Kimler gelde Uçakla? Ich bin hier. Außerdem kamen zwei Kinder aus meiner Klasse. Ich bin hier. Ich bin hier. Außerdem kamen zwei Kinder aus meiner Klasse. Ben geldim. Ayrıca sınıfımdan iki çocuk geldi. Nur ich kam. Nur ich kam. Sadece ben geldim. Warst du schon mal in Amerika? Warst du schon mal in Amerika? Amerika'ya daha önce geldin mi? Ich war noch nie hier. Ich war noch nie hier. Daha önce gelmedim. Ich bin vor drei Jahren gekommen. Ich bin vor drei Jahren gekommen. Bundan üç sene önce gelmiştim. Kannst du Deutsch sprechen? Kannst du Deutsch sprechen? Almanca konuşabiliyor musun? Nein, ich spreche nicht gut Deutsch. Nein, ich spreche nicht gut Deutsch. Hayır, Almanca iyi konuşamıyorum. Ja, ich kann sehr gut Deutsch sprechen. Ja, ich kann sehr gut Deutsch sprechen. Evet, çok iyi Almanca konuşabiliyorum. Willst du mich heiraten? Willst du mich heiraten? Benim ile evlenir misin? Evet, seninle evlenirim. Es ist zu früh. Sollen wir noch etwas warten? Es ist zu früh. Sollen wir noch etwas warten? Doch, çok iyi Alkan. Biraz bekleyelim mi. Ist in dieser Angelegenheit eine Korrektur erforderlich? Bu konuda bir düzeltme yapılması gerekiyor mu? Nein, alles funktioniert. Hayır, her şey çalışıyor. Das gesamte Projekt muss von Anfang an geschrieben werden. Das gesamte Projekt muss von Anfang an geschrieben werden. Baştan tüm Projenin yazılması gerekiyor. Warum bist du erst heute gekommen? Warum bist du erst heute gekommen? Bugüne kadar neden gelmedin? Ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich wusste nicht, dass du hier bist. Burada olduğunu bilmiyordum. Ich kam, als ich es lernte. Ich kam, als ich es lernte. Öğrenince geldim. Welche Farbe findest du schöner? Welche Farbe findest du schöner? Sizce hangi renkt daha güzel? Ich liebe blau sehr. Ich liebe blau sehr. Ben mavi'i çok seviyodum. Ich liebe blau, aber meine Tochter liebt rosa. Ich liebe blau, aber meine Tochter liebt rosa. Ich liebe blau, aber mein Tochter liebrih. Ich liebe blau, aber mein Tochter liebrih. Ich liebe blau. Ich liebe blau. Wie lautet deine e-mail adresi? Wie lautet deine e-mail adresi? E-mail adresiniz nedir? Meine E-Mail-Adresse lautet teachinglang-at-e-mail.com Meine E-Mail-Adresse lautet teachinglang-at-e-mail.com Bin im E-Mail-Adressim teachlang-at-e-mail.com dir Wie lange versuchen Sie schon, Englisch zu lernen? Wie lange versuchen Sie schon, Englisch zu lernen? Ich arbeite seit drei Jahren. Ich arbeite seit drei Jahren. Üç seneden beri çalışıyorum. Ich versuche seit zehn Jahren zu lernen. Ich versuche seit zehn Jahren zu lernen. On seneden beri öğrenmeye çalışıyorum. Kann ich das mal ausprobieren? Kann ich das mal ausprobieren? Bunu dene je bilir mim. Alle Proberäume sind voll. Alle Proberäume sind voll. Sie können die Kabine auf der linken Seite nutzen. Was ist deine Lieblingsfarbe? Was ist deine Lieblingsfarbe? Ich sehe die in Rent-Heung-Gissi dir. Die Farbe Blau gefällt mir sehr gut. Die Farbe Blau gefällt mir sehr gut. Möveren die Chokse-Werem Die schwarze Farbe gefällt mir sehr gut. Die schwarze Farbe gefällt mir sehr gut. Sie ahrenge Chokse-Werem Mit wem lebst du zusammen? Mit wem lebst du zusammen? Ich lebe mit meiner Frau Ich lebe mit meiner Frau Ich lebe mit meiner Frau Ich lebe mit meinem Bruder Ich lebe mit meinem Bruder Was ist dein Lieblingsgetränk? Was ist dein Lieblingsgetränk? Ein Seedin Iche-Jek-Hongi-Sidisch Ich mag es Wasser zu trinken Ich mag es Wasser zu trinken Suic-Mei-Severim Ich liebe Fruchtsäfte Ich liebe Fruchtsäfte Ich liebe Fruchtsäfte Meywessularını çok severim Hast du ein Hobby? Hast du ein Hobby? Hobbyn warme Ich spiele gern Fußball Ich spiele gern Fußball Ich spiele gern Fußball Ich habe keine großen Hobbys Ich habe keine großen Hobbys Ich liebe es, Musik zu hören Ich liebe es, Musik zu hören Musiklinne me isseverim Wirst du Matheunterricht nehmen? Wirst du Matheunterricht nehmen? Mathematik da ist sie negere Jack Missin Nein Ich werde zur gleichen Zeit eine weitere Prüfung haben Nein Ich werde zur gleichen Zeit eine weitere Prüfung haben Hayır, eine Sagtä bir başka Sınavim olacak Ja, ich muss diese Prüfung ablegen Ja, ich muss diese Prüfung ablegen Ja, ich muss diese Prüfung ablegen Ja, es ist wie mein eigenes Zuhause Ja, es ist wie mein eigenes Zuhause Es hat mir nicht so gut gefallen Es ist ein sehr überfüllter Ort Es hat mir nicht so gut gefallen Es ist ein sehr überfüllter Ort Ich bin sehr überfüllter Ort Ich bin sehr überfüllter Ort Ich bin sehr überfüllter Ort Liegt eine Katze auf dem Tisch? Liegt eine Katze auf dem Tisch? Ja, es gibt eine schwarze Katze. Ja, es gibt zwei Katzen, eine schwarze und eine schwarze Katze. Ja, es gibt zwei Katzen, eine schwarze und eine weiße. Wann werden Sie mit der Lektüre dieses Buches beginnen? Wann werden Sie mit der Lektüre dieses Buches beginnen? Bu Kitabe ne zaman okumaya başlayacaksın? Ich werde dieses Buch morgen lesen. Ich werde dieses Buch morgen lesen. Wenn ich es falsch verstanden habe, könnten Sie mich korrigieren? Wenn ich es falsch verstanden habe, könnten Sie mich korrigieren? Ja, nicht anladen Sie, bin ich selten müssen. Klar, machen Sie weiter! Klar, machen Sie weiter! Tabi, sein der war mit Zufriedenheit Zufriedenheit Memnunietle Wirst du direkt nach der Party gehen? Wirst du direkt nach der Party gehen? Partiden sonra hemen gidecek misin? Partiden sonra hemen gidecek misin? Morgen gibt es eine Prüfung. Ich muss gehen! Morgen gibt es eine Prüfung. Ich muss gehen! Morgen gibt es eine Prüfung. Hier ist es noch mal. Ich muss gehen! Meine Mutter hat angerufen. Ich muss gehen! Meine Mutter hat angerufen. Ich muss gehen! Ich muss gehen! Ich muss gehen! Ich muss gehen! Wer hat dieses Gemälde gemacht? Wer hat dieses Gemälde gemacht? Das Tablöhe wer gemacht hat? Mein Großvater hat es vor 30 Jahren geschrieben. Mein Großvater hat es vor dreißig Jahren geschrieben. Es wurde von einem sehr berühmten Maler angefertigt. Aber ich habe seinen Namen vergessen. Es wurde von einem sehr berühmten Maler angefertigt. Aber ich habe seinen Namen vergessen. Ist dieser Bleistift blau? Ja, auch dunkelblau. Ja, auch dunkelblau. Nein, dieser Stift hat die Farbe gelb. Nein, dieser Stift hat die Farbe gelb. Hayır, bu kalem sarı renktedir. Wann beginnt ihre neue Stelle? Wann beginnt ihre neue Stelle? Jene görevi niz ne zaman başlayacak? Ich denke, ich fange nächste Woche an. Ich denke, ich fange nächste Woche an. Ich denke, ich fange die Woche an. Es sieht so aus, als ob es in zwei Wochen soweit sein wird. Sieht so aus, als ob es in zwei Wochen soweit sein wird. Ich denke, es ist so aus, als ob es in zwei Wochen soweit sein wird. Ich denke, es ist so aus, als ob es in zwei Wochen soweit sein wird. Ich kann auch einen neuen Job machen. Ich kann das tun, und ich kann auch einen neuen Job machen. Ich kann das tun, als ob es in zwei Wochen soweit sein. Ich kann das tun, als ob es in zwei Wochen soweit sein. Ich kann das tun, als ob es in zwei Wochen soweit sein wird. Wann werden sie mit der Arbeit beginnen? Wann werden sie mit der Arbeit beginnen? ische' ne zaman başlayacaksın? Ich werde morgen mit der Arbeit beginnen. Ich werde morgen mit der Arbeit beginnen. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht genau. Sie werden nach mir suchen. Sie werden nach mir suchen. Was kostet diese Hose? Bupantolonun 14 Niedisch. 23 Dollar. 23 Dollar. 23 Dollar. Gibt es irgendetwas, bei dem ich helfen kann? Gibt es irgendetwas, bei dem ich helfen kann? Ja, kannst du mich nach Hause bringen? Ja, kannst du mich nach Hause bringen? 24 Dollar. 27 Dollar. 27 Dollar. 27 Dollar. Nein, vielen Dank. Nein, vielen Dank. Nein, vielen Dank. Hayır, çok teşekkürler. Müssen Sie diesen Job machen? Müssen Sie diesen Job machen? Dieses Thema ist Teil meines Jobs. Ich habe nicht vor, es zu tun. Ich habe nicht vor, es zu tun. Ich habe nicht vor, es zu tun. Wo warst du gestern? Du nere jägitzen. Ich ging zur Schule. Ich ging zur Schule. Okula gittim. Ich ging zu meinen Eltern. Ich ging zu meinen Eltern. Annemlere gittim. Ich ging zu meinem Bruder. Ich ging zu meinem Bruder. Kaldesche me gittim. Mit wem wirst du in den Urlaub fahren? Mit wem wirst du in den Urlaub fahren? Ich werde mit meinem Kollegen in den Urlaub fahren. Ich werde mit meinem Kollegen in den Urlaub fahren. Ich werde mit meiner Freundin in den Urlaub fahren. Ich werde mit meiner Freundin in den Urlaub fahren. Wer war die Person, die hinaufgegangen ist? Wer war die Person, die hinaufgegangen ist? Meine Mutter ging nach oben, um die Tasche zu holen. Meine Mutter ging nach oben, um die Tasche zu holen. Ich habe niemanden gesehen. Ich habe niemanden gesehen. Mit wem haben sie an diesem Projekt zusammengearbeitet? Mit wem haben sie an diesem Projekt zusammengearbeitet? Ich habe schon früher mit Michael zusammengearbeitet. Ich habe schon früher mit Michael zusammengearbeitet. Ich habe bereits mit dem Datenbank-Team zusammengearbeitet. Ich habe bereits mit dem Datenbank-Team zusammengearbeitet. Warum vielleicht auch das,十AM Player fünfv ethnicity an Liz lionedyen? Darf es sonst noch etwas sein? Darf es sonst noch etwas sein? Nein, diese Punkte noch etwas sein wirdulan durch das please? Thorher mir bitte? Nein, ich möchte nicht. Nein, ich möchte nicht. Nein, ich möchte nicht. Nein, ich möchte nicht. Ja, kann ich etwas Tee haben? Evet, bir çay alabilir miyim. Ja, kann ich etwas Wasser haben? Evet, bir çay alabilir miyim. Was müssen Sie tun, um die Prüfung zu bestehen? Was müssen Sie tun, um die Prüfung zu bestehen? Ich muss mehr arbeiten. Ich muss mehr arbeiten. Daha fazla çalışmam lazım. Ich glaube schon jetzt daran, dass ich Erfolg haben werde. Ich glaube schon jetzt daran, dass ich Erfolg haben werde. Zaten başarılı olacağıma inanıyorum. Wie ist Tommy? Tommy nasıl biridir? Tommy ist eine sehr freundliche Person. Tommy çok güler yüzlü biridir. Tommy ist ein sehr gesprechiger Mensch. Tommy ist ein sehr gesprechiger Mensch. Tommy çok konuşkan biridir. Von wem hast du diese Katze bekommen? Von wem hast du diese Katze bekommen? Bu kedi kim denn olden? Das Kätzchen der Katze meines Bruders. Das Kätzchen der Katze meines Bruders. Ich habe es an einem regnerischen Tag auf der Straße gefunden. Ich habe es an einem regnerischen Tag auf der Straße gefunden. Ich habe es an einem regnerischen Tag auf der Straße gefunden. Ich habe es an einem regnerischen Tag auf der Straße gefunden. Und dann ist er. Kann ich zwei davon kaufen? Kann ich zwei davon kaufen? Bundan iki tane alabilirmimm. Ja, du kannst. Ja, du kannst. Evet, Allah bilirsiniz. Nein, ein letzter ist noch übrig. Nein, ein letzter ist noch übrig. Hayır, son bir tane kaldı. Was war das Thema des Treffens, das Sie im Büro abgehalten haben? Was war das Thema des Treffens, das Sie im Büro abgehalten haben? Ofiste düzenlediğin Toplantının konusu neydi? Es ging um die heute einigen gene Kundenbeschwerde. Es ging um die heute einigen gene Kundenbeschwerde. Bugün gelen müşteri Schikaieti ile ilgiliydi. Es war nur ein Einführungstreffen. Es war nur ein Einführungstreffen. Sadece bir tanışma toplantısıydı. Wo frühtüttün Sie? Wo frühtüttüttün Sie? Kahvaltı ne nere de yapıyorsun? Ich mache es zu Hause. Ich mache es zu Hause. Evde yapırem. Normalerweise frühtüttüke ich nicht. Normalerweise frühtüttüke ich nicht. Genelde kahvaltı yapmam. Was ist das? Was ist das? Bu nedir? Das ist ein Tasche. Das ist ein Tasche. Bu bir çantıdır. Das ist ein Tasche. Das ist ein Tasche. Bu bir maser. Das ist ein altes Auto. Das ist ein altes Auto. Bu eski bi araberdış. Werden Sie an diesem Wettbewerb teilnehmen? Werden Sie an diesem Wettbewerb teilnehmen? Bu yarışmaya katılacak mısın? Ja. Ich werde teilnehmen. Ja. Ich werde teilnehmen. Evet katılacağım. Nein. Nein. Ich war schon einmal dabei. Nein. Ich war schon einmal dabei. Hayır, daha önce katılmıştım. Wirst du morgen frei sein? Wirst du morgen frei sein? Yarın müsait misin? Ja. Ich arbeite morgen nicht. Ja. Ich arbeite morgen nicht. Evet, yarın çalışmıyorum. Nein. Ich muss zur Schule. Nein. Ich muss zur Schule. Hayır, okula gitmem lazım. Ich werde mit den Kindern in den Park gehen. Ich werde mit den Kindern in den Park gehen. Çocuklarla parka gideceğim. Haben Sie irgendwelche Fragen? Haben Sie irgendwelche Fragen? Sorunu Swalme Vielen Dank für die von Ihnen bereitgestellten Informationen. Vielen Dank für die von Ihnen bereitgestellten Informationen. Anlattınız bilgiler için teşekkürler. Ist das Treffen vorbei? Ist das Treffen vorbei? Toplante bitti mi. Das ist ein unglaubliches Auto. Zu wem von euch gehört? Das ist ein unglaubliches Auto. Zu wem von euch gehört? Mein Auto. Mein Auto. Mein Auto. Mein Auto. Aber... Nicht unseres. Nicht unseres. Bizim die... Warum hast du die Prüfung nicht bestanden? Warum hast du die Prüfung nicht bestanden? Ich konnte nicht hart arbeiten. Ich konnte nicht hart arbeiten. Ich habe es versucht. konnte es aber nicht. Ich habe es versucht. Konnte es aber nicht. Ich habe es nicht zur Prüfung geschafft. Ich habe es nicht zur Prüfung geschafft. Ich habe es nicht zufrieden. Ich habe es nicht zur Prüfung geschafft. Hat der Fahrer im Auto geschlafen? Ist der Fahrer im Auto geschlafen? Ich habe es nicht zufrieden. Ich habe es nicht. Der Fahrer fuhr das Auto, aber er schlief nicht. Der Fahrer fuhr das Auto, aber er schlief nicht. Sürücü Araba aber uyumjordu. Eine andere Person schlief mit dem Fahrer. Eine andere Person schlief mit dem Fahrer. Sürücü ile birlikte başka biri daha uyuyordu. Was steht auf diesem Papier? Bu kautta ne yazıyor? Ich habe meine Englisch Notizen gemacht. Ich habe meine Englisch Notizen gemacht. Inglisje notlerime almischtem. Das Notizbuch meines Sohnes. Das Notizbuch meines Sohnes. Olumun not defteri. Welchen Film hast du gestern Abend gesehen? Welchen Film hast du gestern Abend gesehen? Dünge Cihange Filme izleden. Ich habe einen Zeichentrick Film gesehen. Ich habe einen Zeichentrick Film gesehen. Wie animasjon Cihange Filme izleden. Ich habe Matrix 3 gesehen. Ich habe Matrix 3 gesehen. Matrix Ucu izleden. Wie seh ich aus? Wie seh ich aus? Nasıl görünüyorum? Du siehst nicht so gut aus. Du siehst nicht so gut aus. Çok iyi görünmüyorsun. Du siehst nicht so gut aus. 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 Çok güzel görünüyorum. Um wie viel Uhr beginnt das Treffen? Um wie viel Uhr beginnt das Treffen? Toplante kaçta başlayacaksın? Heute geht es eine Stunde früher los. Heute geht es eine Stunde früher los. Bugün bir saat erken başlayacak. Es beginnt mit 15 Minuten Verspätung. Es beginnt mit 15 Minuten Verspätung. On bis de Kika geç başlayacak. Wer hat recht? Wer hat recht? Kim Haklu Soweit ich sehen kann, hat unser Geschichtslehrer recht. Soweit ich sehen kann, hat unser Geschichtslehrer recht. Gördüm kaderila tarihöretmenimis Haklu Es gibt niemanden, der Recht hat. Es gibt niemanden, der Recht hat. Haklu Kim Se-yok Mit wem möchten sie sprechen? Mit wem möchten sie sprechen? Kiminle konushmak istersin? Ich werde mit niemandem außer dir reden. Ich werde mit niemandem außer dir reden. Sen hariç kimseyle konuşmayacağım. Ich möchte jetzt mit niemandem reden. Ich möchte jetzt mit niemandem reden. Şimdi kimseyle konuşmak istemiyorum. Hast du einen Kuzen? Hast du einen Kuzen? Kuzenin var mı? Ja, ich habe zwei Kuzenin. Ja, ich habe zwei Kuzenin. Evet, iki Kuzenin var. Nein, ich habe keine Kuzenin. Nein, ich habe keine Kuzehs. Hayır, hiç Kuzehn'im yok. Wo treffen wir uns abends? Wo treffen wir uns abends? Akşam nerede buluşalım? Treffen wir uns vor dem Kino. Treffen wir uns vor dem Kino. Sinemanın önünde buluşalım. Treffen wir uns dort, wo sie es wünschen. Treffen wir uns dort, wo sie es wünschen. Sen neresi dersen orada buluşalım. Wer hat den Wettbewerb gewonnen? Wer hat den Wettbewerb gewonnen? Yerushma'ya Kim Kazan'de. Mein Freund Michael belegte den ersten Platz. Mein Freund Michael belegte den ersten Platz. Arkadaşım Michael birinci oldu. Ich konnte nicht gewinnen. Ich konnte nicht gewinnen. Ben Kazan'a madim. Wann stehst du morgens auf? Wann stehst du morgens auf? Sabahları kaçta kalkıyorsun? Ich stehe jeden Morgen um sieben Uhr auf. Ich stehe jeden Morgen um sieben Uhr auf. Her sabah 7'de kalkarım. Ich wache am Nachmittag auf. Ich wache am Nachmittag auf. Öğleden sonraları uyanarım. Ich stehe morgens nicht sehr früh auf. Ich stehe morgens nicht sehr früh auf. Sabahları çok erken kalkmam. Wann ist dein Geburtstag? Wann ist dein Geburtstag? Dom günün nesaman. Mein Geburtstag ist der 20. Juni. Mein Geburtstag ist der 20. Juni. Mein Geburtstag ist der 5. Juni. Dom günün bestem muss. Hast du morgen eine Prüfung? Hast du morgen eine Prüfung? Yarın sınavın var mı? Ja. Ich habe morgen eine Mathe Prüfung. Ja. Ich habe morgen eine Mathe Prüfung. Evet. Yarın Matematik sınavım var. Nein. Ich habe keine Prüfung. Nein. Ich habe keine Prüfung. Hayır. Hiç sınavım yok. Kann ihr Team diesen Job machen? Kann ihr Team diesen Job machen? Eki bin bu işi yapabilir mi? Mein Team wird dies in kürzester Zeit abschließen. Mein Team wird dies in kürzester Zeit abschließen. Eki bin bu nun çok kısa sürede tamamlanır. Das müssen sie nicht einmal fragen. Das müssen sie nicht einmal fragen. Bunu sormane bile gerek yok. Gibt es ein Problem mit ihrem Fuß? Gibt es ein Problem mit ihrem Fuß? Ayyan da sıkıntı var mı? Ja. Mein Knöchel tut weh. Ja. Mein Knöchel tut weh. Evet. Ayak bileim orör. Nein. Ich habe keine Probleme. Nein. Ich habe keine Probleme. Hayır. Hayır. Bir problemim yok. Was sollen wir morgen tun? Was sollen wir morgen tun? Yeren ne yapalım. Wir sollten unbedingt zum Spiel kommen. Wir sollten unbedingt zum Spiel kommen. Kissinikle molto gern melis. Wir sollten unbedingt zur Party gehen. Wir sollten unbedingt zur Party gehen. Kissinikle Partie geht melis. Was haben sie heute vor? Was haben sie heute vor? Bugün ne yapma ihr planlıyorsun? Ich werde heute ein Picknick machen. Ich werde heute ein Picknick machen. Bugün Picknick yapma jölm. Ich werde zur Schule gehen. Ich werde zur Schule gehen. Okula gidijem. Was ist ihre Telefonnummer? Was ist ihre Telefonnummer? Telefonnummer 1 neder. Meine Telefonnummer ist xx. Meine Telefonnummer ist xx. Telefonnummer 1 neder. Ich habe kein Handy. Ich habe kein Handy. Telefonnummer 1 neder. Was hast du gemacht, als dein Vater kam? Was hast du gemacht, als dein Vater kam? Babangeldin de Neopjordun. Ich studierte, als mein Vater kam. Ich studierte, als mein Vater kam. Babangeldin de Benderstelischördim. Ich habe geschlafen, als mein Vater kam. Ich habe geschlafen, als mein Vater kam. Bobam Gerdin de Uyoyoldum Welche Zeit im Monat ist Morgen? Welche Zeit im Monat ist Morgen? Morgen ist der 10. November Morgen ist der 10. November Morgen ist der 23. Februar Yarın 23. Shubat Ich habe geschlafen, als mein Vater kam.